In diesem Teil der Videoserie schauen wir uns jetzt an, wie wir das Netz simulieren und welche Ergebnisse wir bekommen können. Wir haben unser Quartier hier in Köln. Wir haben die Gebäude parametriert. Wir haben die Parameter für das Wärmenetz definiert. Wir können jetzt noch ein paar Sachen ändern, auch in der Karte. Wir sehen hier zum Beispiel, dass jetzt noch eine Garage auch als Gebäude ausgewählt ist. Das können wir hier rausnehmen und wir müssen auch immer eine Energiezentrale definieren. Das ist immer ein Gebäude. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel auf dieses Gebäude gehen, was ich eben manuell eingezeichnet hatte und sagen, dass das hier zum Beispiel jetzt unsere Energiezentrale sein soll. Die wird dann hier rot dargestellt in dieser Standardansicht und verwendet eben als Einspeisepunkt in das Wärmenetz. Genau, und jetzt klicken wir hier einmal auf Quartier berechnen. Er würde jetzt im Hintergrund einmal die ganzen Gebäudeprofile, Raumwärme, Trinkwarmwasser berechnen und eben dann die Rohrnetzauslegung vornehmen. Und auch da dann nochmal ein paar mehr Parameter auch berechnen, Netztemperaturen zum Beispiel. Wir sehen jetzt zum einen hier die Nennweiten, die berechnet wurden für dieses Gebiet. Wir sehen den Einspeisepunkt mit einem DN80er Rohr und eben die verschiedenen Nennweiten in dem Quartier. Wir können hier verschiedene Sachen visualisieren außerhalb der Nennweite noch. Auch den Druckverlust zum Beispiel, die Pascal pro Meter. Man sieht jetzt hier, wir hatten eben die 300 Pascal pro Meter eingestellt für das maximale Druckgefälle. Da ist er jetzt auch nicht drüber gegangen. 275 ist ungefähr das Maximum. Wir können hier die Auslegungsleistung uns auch nochmal anzeigen, was jetzt hier genutzt wurde. Inklusive der Gleichzeitigkeit natürlich den Volumenstrom mit verschiedenen Einheiten auch immer visualisieren. Die Fließgeschwindigkeit haben wir hier dargestellt. Da kann man nochmal schauen, ob das für einen passt oder nicht. Die Verlegetiefe, den Rohrabstand, die maximal übertragbare Leistung anhand des Delta T zwischen Vor- und Rücklauf und dem Durchmesser. Da eben wird berechnet, wie viel kann denn da maximal übertragen werden, wenn man eben an die Grenze des Auslegungskriteriums rangehen würde. Also 300 Pascal pro Meter zum Beispiel. Darunter haben wir dann noch die Auslastung, die Leistungsreserve, um zu schauen zum Beispiel, wie viel passt denn eben noch durch das Rohr. Kann man da noch Gebäude anschließen? Hat man da noch ein bisschen Luft? Und auch den Gleichzeitigkeitsfaktor kann man jetzt hier einmal visualisieren, den wir jetzt für jeden Rohrabschnitt hier angenommen hätten. Beziehungsweise berechnet hätten auf Basis der hinterlegten Formel. Ganz unten finden wir noch die übertragene Wärmemenge. Wie viel wird durch die unterschiedlichen Rohrabschnitte dann eben über das Jahr an Wärme geliefert? Die Wärmeliniendichte kann man sich auch visualisieren lassen. In dem Quartier ist es nicht besonders hoch. Kann man aber auch dann nutzen, um bestimmte Netzabschnitte, wenn man hier eher ein inhomogenes Netz hätte, eben welche, ja um zu bestimmen, welche Netzabschnitte sollte man vielleicht dann hier nicht mehr über das Wärmenetz versorgen und welche Gebäude sollten eben am Wärmenetz dranhängen. Wärmeverluste kann man sich auch visualisieren lassen. Es gibt da verschiedene Einheiten auch, die man hier anzeigen lassen kann. Watt pro Meter zum Beispiel. Oder eben hier ganz unten auch die Vorlauftemperatur. Die wird einmal berechnet und auch die Rücklauftemperatur und, genau, kann man sich eben hier dann visualisieren lassen. Man kann die Einheiten auch abwählen, beziehungsweise die Labels, die Beschriftung abwählen. Man kann auch nur die Einheit abwählen und nur den Zahlenwert visualisieren. Und wenn man auf dieses Tonnen-Symbol klickt, dann kommt man zum Ausgangspunkt zurück. Und da hat man eben hier nur die Unterscheidung und die, ja, hat nur das Wärmenetz praktisch abgebildet mit den Hausanschlussleitungen. Gebäude kann man auch visualisieren, zum Beispiel den Wärmebedarf. Von den unterschiedlichen Gebäuden kann man auch dann nochmal nur die Raumwärme, nur das Trinkbarmwasser visualisieren. Man kann auch die Vorlauftemperatur zum Beispiel anzeigen lassen. Wir haben also viele verschiedene Parameter, zum Beispiel aber auch den Wärmebezug aus dem Wärmenetz. Das kann bei kalter Nahwärme schon mal interessant sein. Wärmeeinspeisung ins Wärmenetz. Haben wir jetzt kein Gebäude mit dabei gehabt, wo eben vielleicht auch ein Kältebedarf vor Herstellern ins Netz gegeben wird. Und eben noch so ein paar spezifische Parameter. Genau, und das in Kombination sieht dann zum Beispiel so aus, dass man die Nennweite und den Gesamtwärmenbedarf sich abbildet hier, visualisiert in der Karte und da dann eben, ja, entsprechende Auswertungen und Analysen machen kann. Genau, das ist so ein bisschen zu den wichtigsten Ergebnissen in der Kartendarstellung. Wir können jetzt hier weiter runtergehen, da finden wir noch mehr Ergebnisse. Zum Beispiel hier den gesamten Raumwärmebedarf aller Gebäude, den gesamten Trinkbarmwasserbedarf aller Gebäude. Die Summe eben hier ist die 738 Megawattstunden, der Gesamtwärmebedarf. Die Wärme, die aus dem Wärmenetz gezogen werden muss, entspricht jetzt hier in diesem klassischen Wärmenetz eben genau der Summe der Wärmebedarfe. Bei einem kalten Nahwärmenetz könnte das natürlich ein bisschen anders aussehen. Wärmeverluste 161 Megawattstunden und dann eben hier die 899 Megawattstunden, die insgesamt an der Energiezentrale eingespeist werden müssen. Da würde ich empfehlen, mir immer diese Tabelle hier einmal genauer anzuschauen, ob da alles so global, auf globaler Ebene eben korrekt ist. Und wir können das eben immer von oben nach unten rechnen und dann hier diese entsprechenden Summen bilden. Kältebedarf hatten wir jetzt nicht mehr dabei. Hier in der ersten Grafik sehen wir nochmal den Gesamtwärmebedarf, das heißt wirklich Raumwärme und Trinkbarmwasser aufaddiert für alle Gebäude. Und in der zweiten Grafik, die sieht so ähnlich aus, unterscheidet sich aber ein bisschen. Da ist es dann eben hier die Wärmeeinspeisung an der Energiezentrale. Das bedeutet inklusive Verluste, inklusive Gleichzeitigkeitsfaktoren, resultiert dann eben hier dieses Profil, was wir an der Energiezentrale in das Wärmenetz einspeisen müssen. Ganz unten haben wir noch ein paar Angaben zum Strom. In dem Fall hatten wir keine Strombedarfe definiert, deswegen jetzt hier nur ein bisschen Pumparbeit, die aufgeführt ist. Wir haben noch einen zweiten Tab, das ist das Wärmenetz. Hier finden wir noch Detailangaben auch zum Wärmenetz, das heißt die Trassenlänge nochmal dargestellt. Wie viel davon ist Verteilleitung, wie viel ist Hausanschlussleitung. Die Wärmeliniedichte einmal auch berechnet für den Punkt an der Energiezentrale. Und auch die Einschätzung, ob das eine hohe oder eine geringe Wärmeliniendichte ist. Die Verteilung der Rohrdurchmesser, auch unterteilt hier in Hausanschlussleitung und Verteilleitung. Und eben verschiedene Angaben zur Pumparbeit, zum Beispiel der mittlere Druckgradient oder eben auch Pumpleistung und so weiter, die dann hier erforderlich ist. Genau, weiter unten haben wir noch verschiedene Grafiken. Im Prinzip so ähnlich, wie wir es bei den Einstellungen vorhin schon mal gesehen hatten. Einmal eben die Vorlauf- und Rücklauftemperatur und eben die ungestörte Erdbodentemperatur dargestellt. Weil wir diese Temperaturgleitung vorhin eingestellt haben, wird sich eben hier die Vorlauftemperatur dann in den Winter, in den kalten Wintertagen, dann eben noch ein bisschen erhöhen. Und hier unten eben den Wärmestrom von Wärmenetz zum Erdboden, das heißt der Wärmeverlust im Wesentlichen in KW, eben dargestellt übers Jahr. Und alle Zeitreihen kann man sich hier dann auch über dieses Runterladensymbol dann auch nochmal in Excel-Form runterziehen. Bei den Gebäuden, da haben wir so eine erste Tabelle hier mit nochmal der Übersicht, welche Gebäude werden versorgt und eben, wie werden die versorgt in dem Fall oder welche Anlagen sind verbaut. In dem Fall einfach nur die Wärmeübergabestationen. Im Fall der kalten Nahwärme oder eines mittelwarmen Netzes hätten wir aber hier gegebenenfalls eben auch noch andere Anlagen drinstehen, wie zum Beispiel Booster-Wärmepumpen. Diese Ergebnisse kann man dann nochmal herunterladen, hier rechts in verschiedener Form. Das ist zum einen die Gebäudeliste, die man sich exportieren kann. Da haben wir die Möglichkeit eben zu sehen und schauen wir jetzt mal, ob wir es öffnen können hier, zu sehen nochmal einen Gesamtüberblick, welche Gebäude habe ich hier in dem Quartier gehabt. Wir sehen jetzt hier den Gebäudenamen, Straße, Hausnummer, Gebäudetyp und eben die Parameter des Gebäudes und auch die Bedarfsdaten. Wir sehen eben hier die Adresse bzw. den Gebäudenamen, Straße und Hausnummer und eben hier ganz am Anfang auch dieses Gebäude, was ich eben hinzugefügt habe, was jetzt keine Adresse hat, manuell hinzugefügt habe. Und so können wir uns dann nochmal einen Überblick verschaffen, okay, haben wir hier alles richtig eingegeben, passt das so auf der groben Ebene eben. Genau und dann neben der Gebäudeliste können wir uns auch die Trassenliste herunterladen. Wenn man hier auf Export starten klickt, bekommt man dann eine Excel-Datei mit den ganzen Netzabschnitten einmal im Detail aufgeführt. Das bedeutet hier die Nennweite dargestellt, die Trassenlänge dieses Netzabschnittes, die Leistung, der Gleichzeitigkeitsfaktor und die ganzen Auslegungsparameter und auch Wärmeverluste und so weiter einmal dargestellt. Bei der Zusammenfassung gibt es dann auch nochmal so eine Gesamtübersicht. Hier sind dann alle Trassenabschnitte nach der Nennweite gruppiert. Das bedeutet hier alle Netzabschnitte mit der DN80 sind dann hier nochmal aufsummiert. Das heißt, die Länge ist dargestellt, die Wärmeverluste sind dargestellt. Und ganz rechts, basierend auf den Kostenparametern, die wir im Vorvideo eben definiert haben, können wir dann hier die Gesamtkosten dann auch nochmal berechnen und eben hier ausgeben. Genau, darüber hinaus haben wir noch weitere Exporte, die wir nutzen können. Das ist auch der Punkt Lastprofile. Wenn Sie irgendwie die Lastprofile der Gebäude brauchen, dann können Sie das für jedes Gebäude einzeln exportieren. Sie können es aber hier dann auch gruppiert exportieren. Es gibt einmal eine Excel-Datei, wo dann die wichtigsten Lastprofile exportiert werden, aber nicht alle für die Gebäude. Wenn Sie an den individuellen Lastprofilen der Gebäude interessiert sind, können Sie hier entweder auf CSV gehen. Dann kann man eben hier stündlich aufgelöst die ganzen Profile für jedes Gebäude exportieren auf verschiedene Art und Weise oder eben auch TXT-Dateien exportieren. In dem Fall, wo Sie so viele Gebäude oder einige Gebäude eben auf der Karte haben, würden dann jetzt hier in dem Fall zum Beispiel 291 TXT-Dateien exportiert werden für jeden Gebäudetyp und für jedes Gebäude eben eine Datei. Genau, und die letzte Option, die wir noch haben, ist die GeoJSON, die wir exportieren können. Da sind dann die Polygon-Datei oder Polygon-Parameter, die ganzen Gebäude mit dabei und eben auch die Wärmenetz-Informationen. Und so eine Datei können Sie zum Beispiel dann auch eben in QGIS zum Beispiel wieder weiterverarbeiten. Genau, das sind so die wichtigsten Ergebnisse, die man hier sich rausziehen kann und visualisieren kann mit diesem Lastprofil, was wir in der Energiezentrale jetzt berechnet haben, was wir unten visualisieren können, was ich gerade schon gezeigt hatte. Hier dieses rote Profil. Damit können wir eben jetzt hier in die Energiezentrale reingehen und da dann die Anlagen auslegen. Und das schauen wir uns jetzt im nächsten Video einmal an.